Alles klar, dann würde ich mal sagen, dann starten wir mal mit dem heutigen Abend. Herzlich willkommen zum Zwischenraum und sehr schön, dass du hier bist. Solange wir den Talk haben, würde ich euch alle bitten, einfach gerade eure Mikrofone stumm zu schalten. Oh, Moment. So, Nacon hat heute schon ein bisschen Internetprobleme angekündigt, deswegen versuche ich gleich mal einzuspringen. Genau, herzlich willkommen erst mal zum Zwischentalk heute und ja, ganz kurz vielleicht die Regeln ganz grob gesagt. Also, wie ihr mitbekommen habt, wird das Ganze aufgezeichnet. Die Folgen kann man sich dann auch später mal auf einer Website, die gerade in Arbeit ist, auch anhören und runterladen. Ansonsten sind die auf jeden Fall auch bei uns einfach anzufragen. Ihr seht ja auch links in den verschiedenen Textchannels die vorhandenen Talks und da können auch jederzeit immer noch Fragen gestellt werden. Es kann sich ausgetauscht werden und da seht ihr auch, welche Aufnahmen ihr anfragen könnt, wenn ihr Interesse habt. Hallihallo, bin ich wieder da? Perfekter Einsatz, ich übergebe wieder an dich. Danke. So wird es nicht so passieren. Ja, ich muss mich heute Abend leider ein bisschen entschuldigen. Irgendwie gibt es jetzt gerade so ein kleines Unwetter. Und da ist er wieder weg. Nacon, hast du vielleicht die Möglichkeit, über das mobile Netz ins Telefon reinzukommen? Hallihallo, komm, ich wieder höre. Jemand da? Jetzt, wir hören dich. Jetzt? Okay, danke. Ich muss mich gleich mal vorab entschuldigen. Und zwar ist hier so ein kleines Unwetter bei mir und irgendwie schmackt meine Internetverwendung ein bisschen. Falls ich rausfallen sollte, wird herzlich gern die Vanessa dann eben an meiner Stelle übernehmen. Das einfach schon mal vorab. Und ja, heutiges Thema Analogfotografie. Analogisierung haben wir das Ganze heute genannt. Und wir haben heute einen sehr, sehr lieben Gast dabei, mit einer großen Expertise, Karl Kubik. Er ist Creative Director und Director of Photography bei der Agentur Sons of Motion Pictures in Leipzig. Servus, Karl. Hi. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise heute Abend. Mega Bock, über das Thema zu reden. Auch einfach deswegen, weil ich halt selber auch analog fotografiere. Und deswegen ergibt es jetzt einfach mega, mega gut jetzt. Erste Frage vorab, wie geht es dir denn? Ja, könnte heute besser sein. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen die letzten Tage, aber ich habe mich sehr gefreut über das gute Wetter am Wochenende. Anfang der Woche konnte ich mal wieder richtig schön ein bisschen Film fotografieren. Ja, das habe ich jetzt auch wieder öfters gehört, dass gerade das Wetter jetzt gerade bei allen Leuten jetzt irgendwie ein bisschen verrückt spielt und hier und da mal Verkaufsschmerzen verursacht. Ja, Karl, du fotografierst ja schon seit längerem analog. Und da jetzt schon mal die erste Frage. Wie kamst du überhaupt generell zur Analogfotografie? Das ist eine gute Frage. Ich habe damals, bin damals auf jeden Fall digital eingestiegen mit einer, ja, eigentlich ist es egal welche natürlich, kennen. Die 400D war es, glaube ich, damals mit der digitalen Kamera und habe mich da so ein bisschen ausprobiert. Und war dann irgendwann mal interessiert daran. Ich habe eine alte Kamera geschenkt bekommen von meiner Tante und habe dann einfach mal da einen Film eingelegt und den mal geschossen und dann irgendwo im DM abgegeben. Habe mir das dann angeguckt als Abzüge und dann ist dann auch irgendwie lange nichts mehr passiert. Und erst im Studium der Medienproduktion wurde ich dann von einem Professor darauf hingewiesen, dass es ja bei uns auch Mittelformat-Kameras zu leihen gibt, also etwas größere Filmkameras. Und die habe ich mir dann ausgeliehen und rumprobiert und angefangen, selber zu entwickeln. Und so hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Das ist jetzt etwas, was wir jetzt auch wirklich, also wie viel Jahre ist das jetzt schon her, wenn ich Fragen darf? Das müsste irgendwie 2013, 2014 gewesen sein. Da habe ich dann angefangen, mehr analog zu fotografieren auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, so mit 18 angefangen, mich überhaupt für Fotografie zu interessieren. Das ist interessant, weil das überschneidet sich ja schon so ein bisschen dann wirklich mit dem aufkommenden Trend der Analog-Fotografie, der so in den letzten Jahren da eben so kam. Also man merkt schon, also ich bin schon froh, dass ich mir 2014 meine Kamera gekauft habe und nicht jetzt, weil die Werte haben sich auf Ebay jetzt halt schon eigentlich verdoppelt, würde ich sagen. Film ist ein sehr teurer geworden, Kameras auch. Also der Hype ist da sehr, hat sich da sehr potenziert auf jeden Fall. Aber das hat damals schon angefangen, das stimmt. Ja, das ist super horrend, einfach was die Preise angeht, gerade wie du es gesagt hast, bei Ebay oder generell im Netz. Und da ist es schon fast wirklich am besten, wenn man einfach auf irgendeinen Flohmarkt geht und da eben auf sein Glück hofft. Da finde ich immer, da kriegt man die besten Schnäppchen her. Ja, da muss man wirklich Glück haben. Also da sind immer mal wieder Leute dabei, die halt nicht genau wissen, was sie da liegen oder stehen haben. Man muss halt natürlich auch gucken, dass die Sachen funktionieren. Ja. Das sind halt immer mit alten mechanischen Objekten so, die verharzen gerne, das Öl stockt. Und man muss halt einfach die Funktionalität überprüfen und so ein bisschen wissen, wonach man gucken muss. Dahingehend jetzt schon mal so ein paar Tipps. Hättest du gerade so ein paar Tipps, worauf man achten könnte, wenn man gerade so nach einer Analogfotografie, nach einem Fotoapparat eben schaut? Also unbedingt auf jeden Fall die Kamera mal aufziehen und auslösen. Also sonst ist sie ja gar nicht in der Lage, ein Foto zu machen. Also es kommt ein bisschen darauf an, jetzt auch welche Kamera es ist, ob die einen Spiegel besitzt oder nicht. Aber generell einfach mal die Funktionen ausprobieren. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil dafür muss man gewissermaßen zumindest die groben Prozesse wissen, wie eine Kamera funktioniert und wie man die wahrscheinlich bedienen wird, obwohl man die noch nie gesehen hat. Aber das kommt halt mit der Zeit, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ja. Ja, ab und zu ist es ja auch so, dass die Kamera nicht auslöst, wenn die Batterie eben leer ist, gell? Da braucht man so eine neue Batterie. Ja, es gibt halt dann eher die neueren Kameras oder die neueren analogen alten Kameras, die halt mit einer Batterie laufen, die halt meistens heute auch im Verhältnis relativ teuer ist, sind relativ spezielle Batterien von damals. Aber halt auch viele, die, und das fand ich immer sehr irgendwie eine romantische Sache, auf eine Art, dass diese Kameras halt komplett mechanisch funktionieren. Ja. Gänzlich ohne jede Elektrik. Das hat so einen Charme einfach nur. Aber auch gerade die Haptik zum Beispiel, wenn du so ein schweres Teil einfach in den Händen hältst, das fühlt sich einfach nochmal ganz anders an, zu fotografieren. Ne, das ist halt nicht für jeden was, weil nicht alle möchten so viel Gewicht mit sich rumtragen, sind bereit. Also, ne, da werden wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, über verschiedene Kameratypen reden. Und auch, na, damit bedingt sich auch so ein bisschen, was man mit denen aufnehmen kann, würde ich sagen. Weil, ne, das eine Extrem ist ein Handy, da braucht man nur auf den Knopf drücken und schon macht das ein Foto. Da muss man nicht richtig auf eine Belichtung achten. Und am anderen Ende sitzt ein Großformat, wo man die Kamera 15 Minuten aufbaut, 10 Minuten das Licht einmisst und dann ein Foto macht. Ja, genau. Also, ne, da gibt's halt eine große Spanne zwischen, wo man bei dem einen dann 20 Kilo trägt und bei dem anderen, ja, weiß ich nicht, 500 Gramm oder wahrscheinlich 100, 200 Gramm für ein Handy oder so. Also, auf jeden Fall, vor allen Dingen das Risiko, dass das Bild am Ende halt gar nichts wird, ja, einfach viel, viel größer, ne. Aber das ist so ein bisschen mit die Philosophie vom Analogen, dass es halt präzise Handgriffe bedingt und dass man halt nichts falsch machen darf. Das kann halt eine Bürde sein, ne, wenn man einfach nur ein Foto machen will, dann nehme ich auch ein Handy zur Hand, logischerweise. Aber wenn es halt darum geht, dem Ganzen irgendwie eine Art Wert zu geben, weil ich glaube, Fotos haben gänzlich einen Wert verloren bei uns heute in der Gesellschaft und in den Social Medias. Und das Bild in jedem Schritt verlieren oder verschlechtern zu können, hat halt einen gewissen Anreiz, dem einen Wert zu geben. Und auch, dass das Bild auf einem negativ physisch existiert, macht halt extrem was aus für mich und bestimmt für viele andere auch. Da will ich jetzt auch gleich mal drauf eingehen. Und zwar hast du gerade eben schon von Fehlern geredet. Ich würde das jetzt mal in Anführungszeichen setzen und mal kurz mein Screen teilen und ein paar von deinen Arbeiten zeigen, über die wir dann gleich reden. Gerne. So, da könnt ihr allesamt, die gerade zuhören, einfach gerade mal kurz auf meinen Namen klicken und dann den Stream ansehen. Da habe ich nämlich jetzt gerade schon mal das erste Bild von Karl geöffnet, was er komplett analog fotografiert hat. Magst du uns gerade schon mal was dazu erzählen? Also das Ganze ist aus, ja sagen wir mal, einem Projekt entstanden. Ich habe mit einem Freund von mir, wir haben uns eine analoge Kamera geschnappt und eine Rolle Film und dann sind wir durch Leipzig gefahren und haben die dann quasi einmal mit Motiven, die uns so angesprungen haben, vollgeknipst, sage ich mal. Und dann haben wir die ganze Kartusche zurückgedreht auf Anfang und die nochmal eingelegt und dann nochmal fotografiert, um quasi die einzelnen Bilder zufällig zu doppelbelichten. Ach krass. Aber das heißt dann, Moment, das ist das erste Bild. Wie war das denn von der Reichenfolge? Ihr musstet ja wissen, wann die Fotos, in welchem Zeitpunkt die jeweils im Film belichtet wurden. Naja, wir haben die Perforation, wo man den Film in die Kamera legt, haben wir markiert und versucht natürlich, wie du hier siehst, du siehst hier die linke Hälfte des Bildes ist ein Frame und die rechte Doppelbelichtung, da fängt schon der nächste an. Ja, stimmt. Ist halt da jetzt in dem Fall nicht gelungen und man kann es als Stilelement bezeichnen oder als Zufall oder wie man das auch möchte. Auf jeden Fall haben wir da versucht, Doppelbelichtung übereinander zu machen und den Film ähnlich wieder einzulegen wie vorher. Das ist super interessant, weil war das denn überhaupt von euch beabsichtigt, dass das Bild so ein MC Escher-eskes Eindruck hat? So direkt nicht. Es war halt indirekt über den Prozess gesteuert. Wir sind halt, wir haben uns halt vorgenommen, den Film an zwei verschiedenen Locations zu knipsen, das heißt, den Film einmal voll zu machen mit dem Thema und dann nochmal darüber zu fotografieren mit dem anderen Thema, um halt quasi, sagen wir mal, indirekt mit Hilfe von Zufall da ein bisschen was an Steuerung reinzubekommen. Ich habe halt vorher viel technisch korrekt in Anführungsstrichen fotografiert und war auch immer jemand, der eher die Kontrolle da gesucht hat. Aber in der Zeit jetzt mit Covid und so, da kam halt immer mehr das Thema, der mir wahrscheinlich alle auf eine gewisse Weise verspürt, eine Ohnmacht. Und irgendwie da den Zufall, der uns ja irgendwie dann doch lenkt und einschränkt oder verhilft, mit einzubinden in die Arbeit und zu gucken, was dabei rauskommt. Und sagen wir mal, konzeptionell gedacht, zur Not auf Masse zu gehen, falls der Zufall nicht gewogen ist. Aber sowas zu kreieren, was man sich vorher nicht mal ausdenken kann. Ja, so ganz nach dem Motto, trust the process. Ja, zu gucken, was dabei rauskommt, zu experimentieren, ne? Ja, super interessant. Ich würde nochmal gerade jetzt aufs nächste Bild eben gehen. Achso, eine Frage noch. Welchen Film hast du denn hier verwendet? Ich glaube, das müsste in dem Fall Kodak Gold gewesen sein, Kodak Gold 200. Der war halt, das spielt jetzt auch wieder in diesen Hype mit rein, indirekt, weil Kodak Gold, der war für längste Zeit bei DM mit der günstigste Farbfilm. Da gab es dann drei Stück für 10 Euro. Und wenn man einen professionellen Farbfilm kauft, dann kostet der halt zwischen 10 und 14 Euro mittlerweile, einer. Und da hat man halt drei für 9 oder 10 Euro bekommen. Das mittlerweile hat sich, glaube ich, erhöht fast auf 20 für die drei Filme, was immer noch günstiger ist. Aber es ist halt kein professioneller Film. Aber wir wollten halt, wir haben halt, glaube ich, vier oder fünf oder sechs davon geschossen. Das heißt, wir haben halt auch nach einem Film gesucht, der, ja, wo man jetzt nicht vielleicht 15 Euro auf den Kopf haut, wenn man zuerst gar nicht weiß, was dabei rauskommt. Und so haben wir uns einfach ermöglicht, mehr Bilder zu schießen, ne? Ja, auf jeden Fall. Schön. Dann gehe ich mal hier gerade aufs nächste Bild. Digital Dream hast du es genannt. Beziehungsweise die ganze Serie. Aus der Reihe, genau, ja. Genau. Und zwar war das hier, hier hast du mit Schwarz-Weiß fotografiert. Gehe ich mal davon aus. Mhm, genau. Und dann, was hast du dann gemacht? Also zuerst ist das halt, das ist tatsächlich ein Negativ, beziehungsweise auf einem Film fotografiert. Das ist damals aus meinen ersten Versuchen, wo ich meine alte Kennen halt einen Schwarz-Weiß-Film eingelegt habe und meine Abzüge bekommen habe. Und diesen Abzug, der halt von einem Analogfoto stammt, den habe ich wiedergefunden nach mehreren Jahren. Und habe das Ganze dann mit meinem Filmscanner kombiniert. Und diese RGB-Trennung, die ihr hier seht, das kommt aufgrund, dass man das Bild während des Scan-Vorgangs bewegt. Also beim Scannen fährt ja ein Fotokopf Linie für Linie von oben nach unten. Und wenn man halt das Bild währenddessen bewegt, treten halt solche Artefakte zum Beispiel auf. Und wenn man so will, ist es halt eine Art von Performance, die man da halt machen muss, um halt gewisse Bildwirkung zu bekommen. Ich habe nachher auch nochmal ein kleines Beispiel dafür, wie so eine andere Version von dem gleichen Bild aussieht, dass man sich ungefähr vorstellen kann, in welche Richtung sowas geht. Aber das war dann auch einfach eine... Das war dann auch einfach so. Du bist halt analog bis zu dem Punkt, wo das analoge Foto auf Fotopapier ausbelichtet wurde unter einem Vergrößerer und dann wird es halt digitalisiert und während des Digitalisierens wird halt, sage ich mal, eine analoge Performance oder eine analoge Bewegung dazu addiert. Und ich habe selber im September eine Ausstellung gemacht und fand es immer wieder interessant, als ich gemerkt habe, dass die Leute, ja, wie gesagt, das kann man halt heute relativ ad hoc so mit Photoshop machen. Genau, ja. Also da muss man wahrscheinlich halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber wenn man genau weiß, wie es aussehen soll, kriegt man das auf jeden Fall hin. Aber als ich den Leuten erklärt habe, dass da ein genereller Prozess hintersteht und eine Art von Experimentierfreudigkeit, haben sie gewissermaßen einen ganz anderen Bezug dazu gefunden. Das fand ich halt sehr interessant, weil man halt, ja, ich weiß nicht, weil man ja sonst vielleicht auch eher davon ausgeht, dass man so seine Tricks nicht verraten will oder so, aber durch den Prozess halt die Leute viel mehr binden kann. Du hast auch einfach eine Story dahinter. Das ist halt so das Ding, während du bei Photoshop jetzt einfach sagen kannst, ja, das ist ein Effekt, den ich jetzt mal schnell draufgeklatscht habe, ist es hier einfach so, du hast wirklich einen technischen Prozess, den du erklären kannst und wo du die zuhörenden Menschen auch einfach mal mitnehmen kannst auf diese kleine kreative Reise. Jeder Prozess nimmt ja oder addiert ja Artefakte zu dem Bild, das heißt, hier hast du halt die RGB-Trennung, bei einem Scannen von einem Negativ hast du manchmal Flusen und Dreck, ja, die kannst du natürlich vorher wegmachen oder nachher wegstempeln. Und das tue ich auch mit störendem Korn oder störendem Dreck, sag ich jetzt einfach mal, Staub, aber es gibt halt auch, ja, das macht halt so ein bisschen diesen unsaubern, analogen Look für manche Bilder aus, das da zu lassen. Ja. Und quasi von jedem Prozess so ein bisschen die Artefaktur mitzunehmen. Alrighty, ich würde mal dann hier aufs nächste Bild gehen. Die Serie hast du Kaleidoskopik genannt. Ich kann sofort nachvollziehen, warum. Aber wie hast du denn diesen Effekt denn hinbekommen? Also bei mir haben sich dann halt, und das hat sich dann auch hauptsächlich erst durch das Beschäftigen mit mir und meinen Arbeiten zu einer Ausstellung ergeben, dass sich halt viele meiner Bildreihen aus den Prozessen heraus ergeben. Und hier war es, sagen wir mal, relativ simpel, könnte man sagen, durch den Einsatz von einem Kaleidoskopfilter, also einem physischen, optischen Filter mit einem Glowfilter dazu. Also bei mir kommt das so ein bisschen dann noch mit aus dem Beruf. Da werden halt oft Haze- oder Glowfilter benutzt, um die Bilder nicht so starr digital wirken zu lassen, sondern so ein bisschen so ein Vintage-Look zu integrieren. Und das ist hier auch zusätzlich verwendet worden, genau. Also ist das jetzt wirklich ein mechanischer Filter, den du vor die Linse geschraubt hast, oder wie? Genau, ja. Ah, verstehe, okay. Das konnte ich mir zum Beispiel gar nicht erklären. Das konnte ich mir gar nicht erklären, auf den ersten Blick. Da gibt es halt sehr viele Effektfilter, auch in verschiedenen Schliffarten, sage ich mal. Und du kannst den halt drehen und damit halt genau die Spiegelung nochmal geometrisch miteinander, ja, Bildaufbau aufteilen und so. Ja, zum Thema Bildaufbau hast du jetzt hier bei diesem sehr interessanten Bild, was auch schon ein bisschen mit der Wahrnehmung spielt, hast du auch eine ganze Serie gemacht. Wie kam es denn jetzt letztendlich dazu? Ich habe damals, das sind etwas ältere Arbeiten, ich habe damals im Studium für eine Abgabe in Fotografie halt ein paar Sachen ausprobiert. Und unter anderem ist dadurch halt diese Serie entstanden, da habe ich analog fotografierte Motive genutzt und die mit einem Beamer dann auf Objekte oder Wände geworfen und die dann nochmal mit dem analogen Mittelformat abfotografiert. Sehr, sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Das ist richtig traumhaft. Ja, ich glaube, das Letztere war auch das Favorite von vielen. Und bei dem Bild ist es ja so, das hast du im Vorfeld ja schon mal gesagt gehabt, da hast du einfach die Ecke von einem Raum fotografiert, gell? Was ich da interessant fand war, dass viele Leute mir gespiegelt haben, die sehen da halt die rausstehende Ecke von einem Quader oder von einem Würfel. Aber in Wirklichkeit habe ich halt in die Raumecke projiziert und fotografiert. Und das hat mir halt noch so ein bisschen gezeigt, dass auch bei den Doppelbelichtungen, ich kenne die beiden Motive einzeln voneinander, weil ich die erlebt und geschossen habe. Und dadurch kann ich das halt nie so sehen wie jemand, der das nicht kennt. Ja, ja, total. Also da ist die Wahrnehmung einfach eine sehr andere und da kann ich gar nicht anders als andere Leute zu fragen, wie das wirkt. Ja, weil gerade von der Statierung, das hier zum Beispiel auf der rechten Seite, würde man instinktiv davon ausgehen, dass das auf jeden Fall so eine herausstechende Ecke ist. Und ich sehe hier gerade, du hast hier auf dem Bild hier so verschiedene kleine Kratzer und Merkmale drin in weiß. Wie sind die denn entstanden jetzt? Ja, das ist theoretisch tatsächlich einfach Handling des Films. Ja, also es gibt jetzt sowas wie Knickbelichtungen, die sind da jetzt nicht drin. Aber wenn man, man muss den, und da werde ich vielleicht später noch drauf eingehen, je nachdem wie das so das Interesse ist. Beim Entwickeln muss man den Film halt in einem dunklen Raum oder in einem dunklen Sack irgendwie umlegen in eine Filmdose, damit man den entwickeln kann. Und wenn man da halt noch nicht so erfahren ist, können dabei halt Knicke im Film entstehen, die halt dann zur Belichtung führen. Oder, weiß ich nicht, Staub oder Kratzer können entstehen, wenn das Plastik aneinander reibt und sowas. Und das sind dann einfach so, ja, Beiprodukte, die durch sowas entstehen. Und dann dazu beitragen können, auch davon ablenken können. Das ist halt immer so eine gewisse Gewichtung, sage ich mal. Heutzutage würde ich den Film definitiv cleaner aus der Kamera bekommen, wenn ich wollte. Sagen wir mal so. Ja, da hast du jetzt gerade eben was Interessantes erwähnt. Und zwar tust du deine ganzen Filme ja selber entwickeln. Du gibst sie jetzt in kein Fotolabor, sondern du entwickelst sie alle daheim oder in einem eigenen Labor. Ja, entschuldige. Nee, tut mir leid. Was wolltest du sagen? Also ich habe, ähm, anfangs habe ich meine Farbfilme abgegeben, weil das ein bisschen komplizierterer Prozess ist. Aber früh schon mit Schwarz-Weiß-Entwicklung angefangen, Schwarz-Weiß-Negative. Ähm, das ist, ja, mit ein bisschen Equipment eigentlich für jeden zu Hause relativ leicht zu machen. Jeder, der kochen kann, kann auch einen Film entwickeln, würde ich sagen. Ja. Hättest du da vielleicht noch irgendwelche Tipps, so ganz nebenbei, zum Thema, ähm, Filmlabore, also Filme bei Filmlaboren abgeben? Es gibt ja heutzutage leider nicht mehr so viele Filmlabore, wie es mal war in der Vergangenheit. Und teilweise lässt auch, also aus eigener Erfahrung her, lässt auch die Qualitäten besser zu wünschen übrig. Ähm, ja. Hast du da vielleicht irgendwelche guten Erfahrungen damit gemacht, beziehungsweise hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Also allgemein ist es halt so, dass es sich im Moment nur noch lohnt, dadurch, dass halt, ja, 10, 20 Filme gleichzeitig entwickelt werden. Und damit halt auch nicht genau auf einzelne Filme eingegangen werden kann. Und dadurch ist es halt auch, sage ich mir, verhältnismäßig günstig. Ähm, generell, wenn man zu DM geht, da kann man bestimmt noch so einen C-41, einen Farb-Negativ-Film abgeben. Schwarz-Weiß wird schon schwieriger. Ja, da gibt es zum Beispiel in Leipzig, gibt es Labore, die sogar noch, oder ein Labor, was sogar noch innerhalb von, sagen wir mal, eine Stunde bis einen Tag die Filme entwickelt, vor Ort auch noch. Mhm. Was ich aber als relativ selten sehe, im Moment noch, die meisten, da muss man das halt wegschicken, bekommt es halt wieder. Und dann kann man sich halt direkt auch, also man kann den Film entwickeln lassen. Und bei so Profilaboren, sage ich mal, kann man sich auch direkt Scans dazu machen lassen. Aber das wird sehr schnell sehr teuer. Deswegen lohnt es sich sehr, das selber zu Hause zu machen. Vor allem, weil man sonst, wie ich finde, die, ja, das halbe kreative Potenzial ein bisschen verschenkt. Ähm, weil man halt über Entwicklungen, wie man entwickelt, mit welchem Entwickler, auf welche Art, wie man den Film schießt und dann das Entsprechende mit dem Film macht, kann man halt gewisse Looks erzeugen. Man kann einen Film mit, was weiß ich, 12.800 ISO schießen und versuchen, irgendwie über eine Stunde das ganze Licht daraus zu ziehen und das zu befestigen auf dem Film. Also da gibt es Wege, die einfach ganz verschiedene Looks bedingen und Spaß machen, wenn man da Bock drauf hat. Ja, total. Weil ich habe nämlich auch jetzt die Erfahrung gemacht, einfach nur, dass ich, wenn ich meine Filme abgegeben habe, das war jetzt auch teilweise beim Rossmann oder so, dass, wenn die Filme dann irgendwie nach drei, vier Wochen zurückkamen, super übersättigt waren und ich nicht wirklich zufrieden war mit der Farbwiedergebung. Und das fand ich ein bisschen schade, vor allen Dingen, weil die Filme, die ich auch geschossen habe, ein bisschen teurer waren. Also jetzt zum Beispiel so ein Kodak Portra 400, so ein ganz großer Klassiker und sehr, sehr beliebt in der Analogfotografie, kam einfach tatsächlich für mich viel zu übersättigt raus. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade. Und gerade, wenn man so lange wartet. Ja, voll. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem in dieser Massenverarbeitung, weil, wenn du die Abzüge machen lässt, die Leute, die hauen die halt durch. Da wird dann eine Einstellung genommen für den ganzen Film oder vielleicht sogar für mehrere Filme. Und dann wird halt nicht auf die Sättigung oder die Farbabstimmung, den Weißabgleich, groß geachtet. Ähnlich wie beim Scannen bei so großen Laboren. Und dann ist halt immer so die Frage, genau, ob man dann das Ganze lieber selber macht oder abgibt. Oder man halt die entwickelten Negative selber nochmal scannt. Weil da gibt es auch verschiedenste Methoden. Das reicht von einem Scanner für 200 Euro, der noch, also da gibt es bis 3000, 5000 Euro Scanner. Es gibt für 200 Euro was Vernünftiges. Und man kann aber auch sogar mit einem Makroobjektiv und einem Stativ und einem iPad oder einem Handy auch seine Fotos selber, seine Negative selber abfotografieren. Mit schon relativ guter Qualität, sage ich mal. Sollte da halt noch Interesse bestehen, kann man da später auch nochmal drauf eingehen. Ja, ich wollte nämlich gerade schon sagen, geht dann auch so ein All-in-One-Drucker-System, was das Scannen eben angeht? Also es wäre dann eher Scannen, ne? Oder was meinst du mit... Genau, genau, Scannen. Genau. Also in so einem All-in-One-Drucken, kopieren, was so ein Teil eben auch dafür geeignet ist. Das eher nicht. Das Wichtige ist halt, also es müssen schon recht, also wenn man auf einen Scanner gehen will und nicht das mit einem Makroobjektiv oder Digitalkamera machen will, braucht man einen relativ speziellen Scanner, weil der hat, also so ein normaler Flachbrett-Scanner, wie man sich den vorstellt, aber der hat halt auf der Rückseite, auf dem Deckel, noch ein Licht, was mitwandert, was quasi die Negative von hinten durchleuchtet, damit man die gut scannen kann. Ach so, verstehe. Sonst würde man halt nur einen Auflagescan machen und der ist halt nicht durchleuchtet. Ja. Das ist halt das Wichtige. Tatsächlich, stimmt, ja. Ja, das ist eine perfekte Überleitung jetzt gerade zu dem Thema, wie du denn, oder mit welchem Equipment du deine eigenen Bilder entwickelst. Da würde ich es dir gerade einfach jetzt mal kurz das Streaming überlassen. Ja. Ich muss mal kurz bei mir abbrechen. So, und dann kannst du uns mal zeigen, mit welchem Equipment du arbeitest. Und wie vor allen Dingen auch der Prozess bei dir ist. So, ich habe jetzt mal meinen Stream geteilt. Du musst mir mal kurz sagen, ob das soweit passt. Bei mir sieht das alles gut aus. Super. Das sind jetzt erstmal so, sagen wir mal, Beispielbilder. Ich würde einfach mal kurz... Sieht man das gut, ja? Ja, super. Ich gehe einfach mal kurz... Also, es ist jetzt erstmal nur analoges Equipment und auch nur Kameras. Wir gehen einfach mal vom kleinsten Format zur größeren. Das war jetzt so eine, ja, eine SLR, die ich damals von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Da kommt halt 35mm Film rein. Man kennt das. Das ist halt... Ich gehe nochmal einmal ganz kurz zurück. Hier sieht man grob die Filmformate. Wir befinden uns bei dieser Canon-Kamera hier bei dem 35mm-Format. Das sind jetzt hier die Größen von Bewegtbildfilmen tatsächlich. Das heißt, man könnte sich ja vorstellen, dass zwei von diesen Frames hier einen großen Fotoframe ergeben. Hier drunter sind eher die kleinen Schmalfilm-Formate. Und hier oben haben wir dann das Mittelformat, wo ich gleich auch noch drauf eingehe. Wo wir dann bei der Hustleblatt zum Beispiel zwei von diesen Einzelframes als ein quadratisches Bild auf dem Film haben. Genau. Das heißt, hier haben wir die Standard-35mm-Kapseln, 24 oder 36 Bilder auf der Rolle in der Kapsel. Mit meistens, also ich weiß gar nicht, ob diese Variante jetzt an sich, aber die haben eigentlich alle einen eingebauten Belichtungsmesser und Spotmesser. Und ich hatte, glaube ich, die i1-Programm, die konnte schon so halbautomatisch selber die Blende aussuchen oder so. Hat es halt so erleichtert, genau. Dann gehen wir weiter zu der Hustleblatt. Das ist eigentlich meine Hauptkamera, mit der ich fast alles fotografiere. Da bin ich sehr froh, dass ich mir die halt 2014 schon geholt habe. Hat halt trotzdem irgendwie bestimmt mit zwei Objektiven und einem Sucher und alles Mögliche bestimmt auch so um die 700, 800 bis 1000 Euro gekostet. Heute wärst du da eher beim Doppelten. Auf jeden Fall. Natürlich war es damals eine schwierige Entscheidung, aber aus der heutigen Sicht würde ich es niemals bereuen. Das musst du halt genauso mit einer digitalen Kamera, die du dir holst, vergleichen, wenn man die so oft nutzt. Das ist auch einfach ein sehr, sehr schöner Apparat. Ja gut, da kann man auch eine gewisse Romantik zu entwickeln, zu technisch wirkenden Geräten. Genau. Und das ist halt so ein modulares System. Das sehen wir jetzt hier. Das heißt, wir haben hier objektive Rückteile. Das heißt, man kann hier verschiedene Filme einlegen und Rückteile wechseln. Hier ist der Body. Man kann halt alles auseinandernehmen und miteinander vertauschen. Und das Schöne, wirklich Auffallende bei dieser Kamera ist halt dieser Schachtsucher. Das heißt, man guckt halt von oben rein und guckt halt hier auf diese quadratische Fläche drauf. Ich liebe diesen Sucher. Ich gucke da super gerne durch. Aber das sind halt alles eher so Details. Genau. Und er macht dann auch so, ja, sagen wir mal 55 x 55 mm große Fotos. Da sehen dann, also aufgrund der Sensorgröße, beziehungsweise der Filmgröße, sieht dann die Unschärfe und die ganze Bildwirkung ganz anders aus. Also ganz interessant, was dann passiert, weil sich die Brennweiten halt verringern, je größer die Aufnahmefläche ist. Das heißt, wenn ich hier an der Kamera ist zum Beispiel ein 80 mm dran jetzt gerade und auf diesem Format hier ist es 80 mm wie an einem Vollformat ein 50er. Du hast aber die schärfe Wirkung von einem 80er und auch die, also gerade wenn man in den Weitwinkelbereich gehen würde, hat man keine Verzerrung aufgrund der Brennweitenerhöhung. Jetzt geht es jetzt ein bisschen in eine technische Sache, aber dadurch kriegt man einfach sehr viele hochwertige Bilder hin. Und zusätzlich dazu, dass man so große Filmausschnitte fotografiert. Was ich bei der Hasselblatt ja auch sehr interessant finde, ist, dass die sich quasi, die zwingt dich quasi anders zu fotografieren. Aufgrund dessen, dass eben das belichtete Bild oder das Bild generell im Sucher von oben zu betrachten ist. Wodurch die Kamera natürlich auch nochmal viel, viel niedriger halten kann. Also man kommt sehr, sehr natürlich in eine Untersicht auf jeden Fall. Gerade wenn man noch klein ist dazu, sage ich mal, dann kommt man sehr, sehr schnell in eine Untersicht. Und das hilft halt auch viel bei der Fotografie, weil man, und das machen viele am Anfang halt falsch, die fotografieren halt aus Kopfhöhe. Und dadurch, egal was man fotografiert, ist es erstmal nicht ganz so interessant, weil das unserer üblichen Wahrnehmung entspricht und nicht so aus der Norm rausgeht oder was Besonderes aufzeigt. Ja. Natürlich gibt es dafür aber auch Prismen, das heißt, man kann da auch auf Augenlevel fotografieren. Das heißt, hier ist dann Prisma drauf. Dieser Screen oder dieses Milchglas ist auch gespiegelt tatsächlich links und rechts, weil das halt nur bei einem Spiegel. Und wenn man das mal aufsetzt, wird das Ganze dann entspiegelt und ist dann, funktioniert dann quasi wie eine DSLR, wie man das kennt. Mit einem Glasspiegel, genau. Und jetzt kommen wir dahin, ne, gute Überleitung von dir, dass du sagst, Kameras, die steuern das ziemlich krass, wie man fotografiert. Und das vor allem hier, wenn du dir vorstellen willst, dass du, ja, sowas für 10, 20 Kilo aufbauen musst, bevor du ein Bild machst. Und selbst wenn du ein Bild machst, hier hinten kommt dann eine Kassette mit einem, ja, Postkartengroßen Negativ rein. Und wenn das Negativ drinsteckt, kannst du auch gar nicht mehr durch den Sucher gucken. Ist also nichts zur Sportfotografie, ja. Und so sind die Kameras dann im Endeffekt, ja, die bestimmen irgendwie den Arbeitsfluss und die Motivwahl unter anderem. Total. Von wann ist denn das Gerät? Von wann ist denn das Gerät? Also, es wird jetzt nicht viel älter als eine Hasselblatt sein. Das sind einfach andere Anwendungsbereiche. Das sind Fachkameras, die wurden, die kamen halt eher in Studio-Bereichen oder Produktfotografie, Portraitfotografie zum Einsatz. Ja, 80er oder so, würde ich sagen, vielleicht. Da gibt es halt diese hölzernen mit dem Riesenbalgen, die sind so ganz alte. Aber generell ist das eigentlich die leichteste Kamera, die man sich so vorstellen kann. Es gibt ein Objektiv, da ist ein Verschluss drin, der zu einer bestimmten Zeit zumacht. Und dann gibt es hier einfach nur leeren Raum drin, der halt dunkel gehalten wird durch den Balgen. Und dann haben wir hinten halt das geschliffene Glas. Und mehr nicht. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein Objektiv, einen Abstand, mit dem wir die Schärfe regulieren können, vor und zurück. Und ja, ein Glas, ähnlich wie auf der Hasselblatt, wo man, die wir vorher gesehen haben, wo man beurteilen kann, was man denn da fotografieren möchte. Natürlich gibt es hier noch so Feinheiten, wie man kann die Standarte hochschieben, man kann das Frontelement vor- und zurückkippen, um Tilten-Shift-Effekte zu machen. Aber generell ist es eine sehr, sehr einfache Kamera, wo dann einfach nur nachher an die Stelle des geschliffenen Glases ein Filmbehälter, ein lichtdichter Filmbehälter geschoben wird. Und da dann halt Licht draufgeworfen wird. Und das Ungewöhnliche dabei ist, dass das Bild auf dem Kopf ist. In dem Fall gespiegelt und auf dem Kopf. Ja. Weil gar kein Spiegel dazwischen ist. Oh, da verknurlt sich aber das Hirn ordentlich. Genau, da würde man dann auch mit, wie man das aus früher kennt, mit so einer Decke über dem Kopf arbeiten, damit man das im hellen Licht vernünftig sieht. Und man würde wahrscheinlich eine Bildschirmlupe nehmen und genau wirklich mit der Lupe auf das Glas gucken und das ganz genau einstellen, die Schärfe. Und dann unter Umständen irgendwie mit Blende 11, 16 mehrere Minuten belichten. Ah ja, hei, hei, hei. Dann kommen wir zu jetzt ein bisschen unkonventionellen Kameras. Hier ist zum Beispiel meine erste selbstgebaute Lochkamera. Das nimmt dann so ein bisschen diesen sehr einfachen Effekt dieser Fachkamera auf und ersetzt das Objektiv mit einem Loch, mit einem Pinhole. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel sowas wie, ich glaube nicht, dass das, wie gesagt, ich habe hier die Bleche. Das sind einfach Bleche von einer Trinkdose, wo ich ein Loch reingestochen habe. Und die kann man austauschen. Deswegen mag die Blendenzahl jetzt nicht stimmen, aber Lochkameras haben halt Blenden zwischen 90 und 280 oder sowas. Je nachdem, wie klein die Löcher sind. Und dadurch können die halt Bilder abbilden, ohne eine Linse zu haben. Und ich habe, ja? Oh nee, tut mir leid, ich würde dich gar nicht unterbrechen. Ja, ist gut. Und da legt man dann, also das ist jetzt einfach eine Posterrolle mit einem Loch drin. Und da lege ich dann zum Beispiel diesen Großformat-Film von der Kamera davor, der hier sonst nochmal reinkommt, lege ich da im Bogen hinten rein. Und durch diese Biegung gibt es auch nochmal so eine Art Fisheye-Effekt, da kann ich dann gleich auch nochmal ein Werk zeigen dazu. Und habe jetzt tatsächlich erst irgendwie letzte Woche aus einer, ist das auch keine Werbung, aus einer Illi-Dose tatsächlich auch nochmal eine Kamera gebaut. Ähnlicherweise. Ich bin einfach nur drauf gekommen, weil es sehr viel einfacher ist, mit dem Deckel diese Kamera zu beladen. Das heißt, du hast halt irgendwie einen Schuss dabei, stellst die Dose irgendwo hin, wartest drei, vier, fünf Minuten Belichtung mit Blende 100. Und danach hast du, ja, ein relativ scharfes Bild. Das ist wahrscheinlich nicht mit der Digitalfotografie zu vergleichen, aber da geht es wieder um Prozesse. Aber jetzt würde es mich ja interessieren, ob du dabei, ob du für die Kameras jetzt einen speziellen Anwendungsfall hast, oder ob das jetzt alles reine Experimentierfreude ist. Das heißt Anwendungsfall. In dem Sinne, dass du sagst, okay, ich möchte gerne genau diese Art von Motiv, das heißt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Landschaft, Porträt oder irgendwas anderes fotografieren. Und da finde ich, würde sich diese Lochkamera wirklich ganz gut eignen. Lochkameras, dadurch, dass die Belichtung von Sekunden bis zu Minuten oder Stunden dauert, je nach Lichtverhältnisse, eignen die sich halt sehr gut dazu, um Bewegung und Zeit auf einem Bild festzuhalten. Das heißt, gehen wir davon aus, es würden Menschenmassen an eine Straße lang gehen, du würdest eine Lochkamera da aufbauen, dann würdest du nachher die Schlieren der Menschen sehen können. Mhm, ja, ja. Für Porträts eignet sich es natürlich nicht, da muss jemand, oder natürlich eignet es sich schon, weil man natürlich alles abbilden kann, aber da musst du halt jemanden mehrere Minuten sitzen lassen. So war es übrigens früher mit diesen Fachkameras, mit Filmen, die halt noch nicht so empfindlich waren. Da gab es dann eine Kopfstütze für die Leute, damit die nicht wackeln und wurde dann mehrere Minuten der Film belichtet. Deswegen gibt es manchmal, wenn man so alte Aufnahmen sieht, auch Porträts, wo die Augen geschlossen sind, aber man trotzdem die Augen noch dadurch sieht, weil die Leute einfach geblinzelt haben. Genau, aber das ist dann halt auch der Fall. Das wird dann einfach sehr experimentell. Ja, ja, da muss man dann halt auch eine lange Zeit Bildinformationen aufnehmen. Ja, ich wollte nicht gerade sagen, da muss man ja damals ordentlich Sitzweiche gehabt haben, auf jeden Fall. Mhm, definitiv. Da war das auch nur was für reiche Leute, Bilder zu machen von sich. Ah, natürlich, ja. Und dann habe ich jetzt noch was, was so ein bisschen dazwischen liegt. Das ist jetzt eine Bewegtbildkamera, die aber per Handkurbel quasi zu bedienen ist. Das heißt, da kann man jetzt und da ich, ich hatte halt meinen Prozess mit der Selbstentwicklung alles relativ gut schon am Start und habe dann diese Kamera gefunden, in die man halt kleine 35mm Filme einlegen kann. Weil, ähm, Bewegtbildfilm in kleineren Formaten wie 8 und 16mm ist halt relativ aufwendig, das Ganze zu scannen, 30 Meter Film am Stück aufzubewahren, gut zu scannen, ohne da jetzt irgendwie 200, 300 Euro für zu bezahlen. Das war halt einfach schwierig und ich habe halt diese Kamera hier gefunden, die halt, das ist eigentlich eine Plastikspielzeugkamera mit einer Plastiklinse, aber mit der ist es halt möglich, 144 Fotos oder Einzelbilder auf einen 35mm Film zu machen, mit 36 Bildern normalerweise. Ah, krass, okay. Die habe ich dann sehr gut in meinen Workflow einbinden können und einscannen können und da können wir uns dann später gerne auch noch was zu angucken, beziehungsweise ist auch auf meiner Webseite zu finden. Ready. Genau, soweit jetzt erstmal, ne, und alles dazwischen. Also es ist jetzt so ein bisschen das, ähm, Signifikanteste, sag ich mal. Ja. Und jetzt, ähm, haben wir vorhin ja auch noch über die Entwicklung geredet und über Scanning und da hast du im Vorfeld auch schon mal, ähm, mir was gezeigt. Können wir da mal kurz drauf eingehen? Natürlich. Gehen wir mal auf die Entwicklung ein. Ähm, soll ich das Schritt für Schritt durchgehen oder wie ist das? Ähm, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ähm, also generell, ähm, funktioniert die Entwicklung mit einem Entwicklungstank, hab ich eben schon mal kurz von gesprochen, der, ähm, da kann man halt Chemikalien in diesen Tank füllen und wieder rauslassen, ohne dass halt Licht eintreten kann. Da wird der Film auf so eine Plastikspule aufgespult im Dunkeln und das passiert halt, ich muss hier ein bisschen springen, sorry, mit einem Wechselsack. Kann man sich vorstellen wie so ein Pullover, der aber da, wo man sonst reinschlüpfen würde, zwei Reißverschlüsse hat unten, um halt den Sack zuzumachen und lichtdicht zu machen. Und dann schlüpft man hier mit den Händen rein, hat hier drin seinen zu guten Film und seine, ähm, seinen Development Tank und seine Spirale und dann kann man den Film hier innen drin, muss man den halt aus der Kapsel lösen. Und dann kann man den, auf die Spirale aufspulen, in die lichtdichte Dose stecken und, äh, dann kann man das Ganze wieder rausholen und dann kann man am Licht in seiner Küche oder in seinem Bad, ähm, die Chemikalien einfüllen. So, jetzt erstmal grob, ähm, zum Ablauf und jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Achso, ja, ich hab hier auch nochmal das ganze, das Ding besitze ich selber, ähm, hier sieht man auch nochmal ungefähr den Prozess, da muss man jetzt nicht unbedingt den Film aus der Kamera holen, ähm, kann auch die fertige Filmkartusche sein. Und zum Beispiel für den Anfang ist halt super einfach Rodinal zu nehmen, das ist ein Flüssigentwickler, den man mit Wasser verdünnt und anmischt und dann würde man vielleicht, hier sieht man zum Beispiel, ähm, ähm, Standardverdünnungen wie 1 zu 25, also ein Teil zu 25 Teile, je nachdem wie viel man anmischen möchte, 1 zu 50, hierbei würde man zum Beispiel 10 Milliliter von dem Entwickler auf einen halben Liter geben, das füllt man dann in die, ähm, in die Entwicklerdose ein und dann gibt's Kipp-Rhythmen, das heißt, der Entwickler, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, der reagiert sich ab an den Film, das heißt, der wird schwächer an der Stelle, wo der an den Film kommt und dadurch muss man einmal die Minute, oder ist es sehr gängig und das ist halt dann wieder der Experimentierprozess, was passiert, wenn man es anders macht, aber einmal die Minute wird dann der Film gekippt und der Film wird dann, je nach Film und je nach Verdünnung, weiß ich nicht, zwischen 3 und 20 Minuten, ähm, in der Filmdose gelassen und immer wieder gekippt, und danach dann halt, und, ne, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, wirklich auch fachmännisch entsorgt, das heißt, ich bin dazu übergegangen, meine Chemikalien, ähm, auch zu sammeln, in Behältern und die halt dann auch am Wertstoffhof abzugeben, das ist sehr wichtig für unsere Umwelt, ähm, ist halt auch, das ist definitiv ein Negativaspekt an der Analogfotografie, ähm, ob man das jetzt mit, ne, Akkus und Strom aufwiegen kann, ist dann so die Sache, das muss jeder für sich selber wissen, äh, genau. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die Chemikalien nochmal zu verwenden, also wieder zu verwenden, oder ist es nach einmal, ähm, komplett durch? Ähm, das kommt auf die Entwickler an, Rodinal ist ein Einmalentwickler, aber, äh, ich glaube, was würde ich denn sagen, je nach Konzentration reicht die Flasche für 50 Filme oder mehr. Also, der kostet, glaube ich, 15 Euro, auch nicht die Welt, ähm, es gibt Entwickler, die man öfter nutzen kann, da muss man dann halt, wenn man die das zweite Mal nutzt, die Zeiten verdoppeln und sowas tun, äh, das muss man, ist aber auch ein bisschen experimentell und wird ein bisschen von den, den Herausgebern angegeben oder von Leuten im Internet experimentiert, da gibt es sehr große Gemeinden und Leute, die da Pionierarbeit leisten. Genau, äh, was ich jetzt noch vergessen habe, ist ein Fixer, das heißt, ähm, ein Rapid-Fixer oder so, das heißt, nachdem der Entwickler, äh, aus der Dose gelassen wurde, gibt es manchmal noch ein Stopp-Bad, da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber um die Entwicklung abrupt zu stoppen, damit es nicht länger geht, als man das möchte, und dann wird, wird ein Fixier-Bad vorgenommen, das kann man auch mehrmals verwenden, ähm, und am Ende wird der Film eigentlich nur noch gewaschen und dann kommt halt so ein, jetzt in dem Fall Schwarz-Weiß-Negativ dabei raus. Na super. Und dann wird dieser, ähm, anschließend bei dir eingescannt? Gehe ich mal davon aus? Genau, es gibt jetzt dann zwei Wege, wie die man gehen kann, entweder den klassischen Weg und man nimmt diese Negative als Stablone für ein Vergrößerer, das heißt, die werden in einen, ja, da gibt es halt einen Projektor mit einem Licht und einem Objektiv und dazwischen liegt dieses Negativ und dann wird das halt auf den Tisch projiziert, wo dann nachher ein lichtempfindliches Papier liegen könnte, wo man dann einen klassischen Fotoabzug auf lichtempfindliches Papier macht, den man dann auch wieder, und das ist dann die klassische rote Dunkelkammer, die man kennt, den Film halt in so Schalen entwickelt. Ähm, ich soll dir nicht den Film, sondern das abgezogene Papier. Und der andere Weg ist halt das Scannen, das ist dann halt die Digitalisierung, ähm, finde ich sehr spannend, wie das so einen hybriden Prozess gefunden hat, weil ja die meisten Fotos doch alle jetzt digital genutzt werden und wir die digital brauchen. Ähm, Scanner lesen die Filme halt auch anders, als wenn man sie ausbelichten würde, da geht es dann sehr viel mehr über Charakteristik, das heißt, ein Rauschen würde auf einem Scanner sehr viel mehr rauskommen als in einem analogen Abzug, ähm, was aber sich sehr gut bedingt mit dem, was die meisten Leute eh haben wollen, nämlich den analogen Look. Genau. Jetzt aber da die Frage, wie kommt denn jetzt eigentlich die Farbe zustande? Also das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Film, ähm, ach, okay. Der besitzt keine Farbe, aber gut, dass du es sagst, weil das ist nämlich jetzt zum Beispiel ein Beispiel für einen C, also das andere, was wir jetzt gesehen haben, ist eine Schwarz-Weiß-Entwicklung, vom Schwarz-Weiß-Negativ, und was separat ist, ist für Farb-Negativ-Filme jetzt der C41-Prozess. Ähm, den habe ich lange gemieden und lange meine Filme abgegeben. Das liegt daran, dass man die Temperatur plus minus ein Grad genau halten muss, wenn man, ähm, die Farben so gut wie möglich haben will. Das heißt, sobald man mit der Temperatur im Entwicklungsprozess abweicht, schiften die Farben in eine Richtung. Also es kommt halt auch ein bisschen auf den Film an, in welche Richtung das geht, aber die Farben sind dann nicht mehr so wie aufgenommen. Okay, und dann ist es quasi eine Überraschung, was dann rauskommt. Genau, das kann man ja auch absichtlich machen, wenn man damit rumexperimentiert oder sich Ergebnisse von anderen ansieht, aber der korrekte Prozess ist, die Temperaturen zu halten. Und da würde man dann im ersten Prozess, also ich habe lustigerweise gestern erst neue, ähm, Chemikalien dazu angemischt, man mischt die drei mit Wasser zusammen, die zwei jeweils den, und dann hast du einmal den Entwicklungsprozess, den Blix, das ist ein Bleach und ein Fix. Den Fixierer hatten wir eben schon bei dem Schwarz-Weiß-Prozess, aber hier wird noch gebleicht, denn, jetzt muss ich mal gucken, hier sieht man es, denn, ähm, die Basis von dem Film ist orange. Das heißt, hier sieht man ja auch gar nicht so richtig, dass es Farben hat. Das kommt halt durch diese orangene, durch diesen orangene Base Layer. Und der wird halt gebleicht, damit man den besser durchleuchten und scannen kann. Man kann auch, ähm, die Bleach-Phase weglassen und bekommt dann, das wurde halt zum Beispiel, ich glaube, relativ bekannte Filme, das sind da Soldat James Ryan, das nennt sich Bleach-Bypass. Das heißt, man fixt nur mit einem Schwarz-Weiß-Fixer und lässt die Bleiche weg und bekommt dadurch sehr kontrastige und sehr sättigungsarme, ähm, ja, sättigungsarmes Bildmaterial. Also, da kann man auch definitiv mit rumspielen. Es gibt ja auch Cross-Processing, also, das heißt, man kann jetzt theoretisch auch diesen Film mit Schwarz-Weiß-Chemikalien entwickeln, bekommt dann aber auch nur Schwarz-Weiß-Bilder. Also, aus der heutigen Sicht, dass Farbfilme so viel teurer sind, äh, macht es wenig Sinn. Ja. Außer man will das für einen Look nutzen. Gerade wenn ich sehe, dass du hier so einen Kodak, äh, Portra 800 hast. Ja, genau, der kostet halt einfach mal 15 Euro heutzutage. Ja. Genau, ähm, und wie ich das dann für mich geschafft habe, im Temperaturbereich zu bleiben, ist halt durch tatsächlich, witzigerweise besitze ich als Vegetarier einen Sowie-Tauchsieder. Wie genau ist das denn? Ähm, Sowie, weiß ich nicht, wem das was sagt, da muss man halt Fleisch sechs Stunden lang bei 60, 70 Grad irgendwie durchgaren lassen, ähm. Aber natürlich... ...ist es halt... ...Film abscannt. Ähm, und hier oben haben wir dann quasi das Licht, das Gegenlicht, was mitläuft, um halt den Film zu durchleuchten. Mhm, okay. Aber man sieht auch schon, dass es ein entsprechendes Format ist, beziehungsweise, dass du extra ja nochmal genau diese, ähm, Klammer ja hast. Film, Film. Genau, die sorgt halt dafür, dass die Filme genau über diesem Gegenlicht liegen, ne? Mhm. Und nicht irgendwo auf dem Scanner, wo sie nicht durchleuchtet werden können. Dafür sind eigentlich diese Plastikmasken da. Die sind auch nicht sehr gut, die können auch leider zerbrechen. Aber da muss man dann mehr Geld, glaube ich, hinlegen als 250 Euro für diesen Scanner. Aber vielleicht hat er immer ausgereicht. Ja, jetzt die große Frage, ähm, nach diesem ganzen, ähm, Equipment jetzt, was du uns gezeigt hast. Mhm. Was, vom Budget her, so, was wird das jetzt alles zusammen kosten? Na, ich, sagen wir mal so, ähm, ich würde nochmal ganz kurz, ähm, die Option aufmachen, selbst scannen. Mhm. Ich würde da nochmal kurz drauf eingehen, weil das würde ich für den Anfang eher empfehlen. Mhm, gerne. Das heißt, muss ich mal gucken, ob ich noch ein anderes Bild hier habe? Ich glaube nicht. Genau, also, äh, absolut möglich ist es auch, seine DSLR zu nehmen und ein Makroobjektiv da dran zu machen oder sein Portraitobjektiv, das auf ein Stativ zu stellen und dann nimmt man sich entweder einen, ähm, Smartphone mit einem weißen Hintergrund, komplett auf hell gestellt, oder man nimmt sich ein Tablet oder was hier halt unten liegt, ist so eine, die habe ich auch hier, das ist so eine Leuchtplatte, auf der man sich negative angucken kann, aber natürlich will das, will man das vielleicht für den Anfang nicht kaufen, deswegen ein Tablet oder ein Smartphone, legt oben drüber mit einer Halterung, man kann auch zwei, ähm, ähm, zwei Tape-Rollen nehmen und dazwischen das negativ einklemmen, ja, und man muss dann halt nur vernünftig scharf stellen und kann dadurch dann seine negative digitalisieren. Okay, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Und das hat, also, ne, wenn man sowieso schon fotografiert, hat man sowas vielleicht da, ähm, und kann das dann auch schon für den Anfang zu Hause machen und sich überlegen, ob man dann überhaupt das Ganze weitermachen will oder nicht. Ja, und alles ohne Budget. Genau, diese Option wollte ich halt nochmal eben, ähm, mit reinnehmen, bevor ich darüber spreche, was sowas kostet. Ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz drüber reden. Ich hätte ja gesagt, man kann alles auf jeden Fall sich für unter 100 Euro holen, äh, natürlich, äh, minus das, die DSLR oder den Scanner. Das heißt, so eine Dose kostet, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Euro. Da ist dann schon so eine, äh, Plastikspule bei. Mhm. Ich weiß nicht, ob jeder halt so einen Messbecher zu Hause hat, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Handschuhe, ich benutze sie nicht, ähm, benutzt sie bitte, um auf Nummer sicher zu gehen, aber, äh, ja, weiß ich nicht, ob die so nötig sind. Papiertücher und Händewaschen tun es dann auch, je nachdem, wie empfindlich halt man mit der Haut ist, sage ich jetzt einfach mal. Ah ja, okay. Ähm, das muss halt jeder für sich selber wissen. Ein Thermometer, um halt zu gucken, dass die Temperatur bei Schwarz-Weiß-Filmen auch grob auf 20 Grad ist, ist relativ wichtig. Ein Timer auf dem Handy oder auf, äh, ein Eier-Timer, den hat man ja irgendwie vielleicht in der Küche. Filmclips braucht man auch nicht unbedingt, da kann man auch Wäscheklammern nehmen, um die Filme aufzuhängen an der Leine oder so. Am besten im Bad, weil das halt, das Ganze halt relativ staubfrei ist. Mhm. Und so ein, ähm, Wechselsack, der kostet dann vielleicht auch nochmal 30, 40 Euro. Das heißt, mit dem Entwickler, ähm, mit dem Entwickler irgendwie für 15 Euro und einem Fixierer auch nochmal vielleicht für 10 oder 15 Euro, kann man für unter 100 Euro theoretisch schon dabei sein. Und könnte dann damit bestimmt 50 Schwarz-Weiß-Filme zu Hause selber entwickeln. Oh, das ist nicht schlecht. Ich meine natürlich, ähm, fürs erste Mal investieren, alles schon sehr teuer im Vergleich. Klar, natürlich. Ja. Aber für den eigentlichen Prozess, trotzdem sehr interessant, vor allen Dingen, ähm, hast du ja einmal die Tätigkeit eben, ähm, also einmal die Investition gemacht und dann hältst du es ja erstmal eine Weile. Also wenn man eh vorhat, mal ein paar Schwarz-Weiß-Filme sich entwickeln zu lassen, könnte man das Geld auch sammeln und für sich privat investieren, um das dann selber zu tun. Mhm, ja. Auf Dauer wird man da auf jeden Fall günstiger bei wegkommen. Schon. Und vielleicht auch mit dem Ergebnis auch einfach zufriedener sein. Genau. Oder halt auch verschiedene Sachen ausprobieren, die man im Labor vielleicht dann auch nicht machen kann. Ja. Man kann halt Filme, ähm, über- und unterbelichten und dann kompensieren in der Entwicklung dafür, um die Filme halt kontrastiger, rauschiger oder weniger rauschig zu machen. Das geht halt bei Schwarz-Weiß ganz gut. Ja. Ja. Ja, sehr interessant. Was mich jetzt gerade noch beschäftigt, ist, ähm, das Thema Analogfotografie, das machst du ja auch gerade viel in der Freizeit. Mhm. Ähm, Frage ist jetzt, ob das auch irgendwo in deinen, ähm, Agenturalltag oder beziehungsweise deinen Arbeitsalltag mit reinschließt, äh, die Analogfotografie. Mhm. Also ich glaube so direkt eher nicht. Das wären dann, wenn dann spezielle Use Cases in Richtung, wir wollen eine Kampagne mit einem analogen Look erzeugen und haben das Geld, um da wirklich analog zu fotografieren. Da gibt es tatsächlich immer mehr Firmen, die das tun. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat das tatsächlich auch H&M vor ein paar Jahren mal gemacht, eine wirklich analoge Kampagne geschaltet. Mhm. Viele junge und, sag ich mal einfach zusammenfassend, hippe, äh, Marken, die gehen dann viel auf Analogfotografie, aber generell ist es eher was, was ich für mich halt als Experimentierfläche sehe, wo draus dann aber auch, also ich meine, ähm, man kommt vielleicht so bis zu 70, 80 Prozent ran, wenn man weiß, was man tut, wenn man digitale Bilderrichtung analog hin bearbeiten will. Ähm, nicht ganz, weil die, weil Filme halt Licht ganz anders aufnehmen, aber einen Analoglook könnte man theoretisch auch, ähm, digital erzeugen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und, ähm, da bietet das natürlich eine gute Inspiration für Looks, für Prozesse, die natürlich auch dann auf meine Arbeit sich auswirken. Ja. Das erinnert mich jetzt daran, ähm, und zwar für alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, am Ende unseres Talks könnt ihr dem Karl natürlich allesamt noch Fragen stellen. Die könnt ihr entweder jetzt schon in den Analogchannel, ähm, in den Textchannel oben rein posten, mit dem heutigen Datum und, ähm, mit dem Titel Analogfotografie oder eben kurz euer Mic anmachen und, ähm, selber ihn fragen. Weil wir hatten nämlich vorhin schon eine Frage gehabt, ähm, zu dem Thema, ähm, entweder eine Analogkamera, also Lisa hat hier dann eine Frage gestellt, ich lese sie mal kurz vor, ähm, und zwar, äh, für wen, in welchen Fällen eignet sich die Investition in eine Analogkamera und wann in eine Digitalkamera mit Filtern im Analoglook? Fällt mir jetzt zum Beispiel gerade die Fuji X100V ein, oder die ganze Fujifilm-Serie? Das kommt ganz drauf an, äh, wie man fotografieren möchte, würde ich sagen, und worauf man Wert legt. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich hab halt digital angefangen, bin sehr froh darum, weil ich da mich komplett ausprobieren konnte, ohne groß, sagen wir mal, Film zu verschleißen, Geld zu verbrennen. Ähm, bin dann irgendwann zu analog gewechselt und das hat mir beigebracht, besser zu fotografieren, weil ich mich, weil man eine Limitation erzeugt durch die finiten Bilder. Ja, das würde man vielleicht auch tun, wenn man eine zu kleine Speicherkarte einlegt, tatsächlich, ne, ähm, würde das wahrscheinlich auch schon dazu führen, äh, natürlich ein bisschen anders, aber, ja, man muss sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wovon ich Bilder mache und auch damit verbunden, warum. Warum interessiert mich das? Warum mache ich da jetzt ein Bild von? Warum ist das so interessant, als dass ich dem, jetzt im Bezug auf die Hasselblatt, da ist halt ein Mittelformat, Film sind zwölf Fotos, warum gebe ich dem einen von zwölf Fotos auf meinem Film? Warum bin ich da bereit zu, die Auseinandersetzung damit? Und warum ist das jetzt dieser Moment und nicht der Moment, der gleich kommt? Warte ich noch, gehe ich noch einmal, laufe ich hier nochmal rum und gucke mir das nochmal an? Oder, ne, ich fange an, mich damit zu beschäftigen und wenn, weiß ich nicht, von einem Spaziergang zwölf Fotos rauskommen, anstatt irgendwie 1500, die man sich nie wieder anguckt oder vielleicht mühsam bearbeiten muss, dann hat das schon irgendwie eine gewisse Qualität. Und für mich hat das immer eine sehr, sehr viel Ruhe, weil man sich sehr darauf konzentrieren muss, was man möchte und was man jetzt wirklich fotografiert. Natürlich kann man auch fünf Filme schießen, das ist klar, aber irgendwie wird man halt so ein bisschen artifiziell zurückgehalten. Ja, man bekommt auch einfach eine ganz andere Wertschätzung für das Ergebnis, was man am Ende produziert hat. Aber wie du es gerade eben gesagt hast, auch gerade, wenn man Fotos auf dem Handy schießt, die meisten, die schaut man sich einfach nie wieder an. Die landen dann auf irgendeiner Festplatte oder auf irgendeiner Speicherkarte und sind dann für die meiste Zeit einfach weg. Und dann hat man auch meistens vergessen, dass man die jeweils geschossen hat. Wahrscheinlich, ja. Aber auch gegen Handyfotos ist natürlich nichts zu sagen, weil wie geil ist das, dass wir nur auf den Knopf drücken müssen und schon ein Bild von allem haben, was wir wollen. Ja, vor allen Dingen aus der Husentasche heraus, ne? Genau. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage. Magst du die nochmal kurz lesen? Von Lisa gerade eben? Genau. Aber die war jetzt noch nicht ganz beantwortet. Und zwar, für wen und in welchen Fällen eignet sich die Investition in eine Analogkamera und wann in eine digitale mit Filtern im Analoglook? Also ich kann auch was kurz dazu sagen. Es ist schon die Frage von einem Freund, die er mir vorgestern gestellt hat. Er konnte ja heute leider nicht dabei sein, hat keine Zeit. Deswegen habe ich sie jetzt mal für ihn weitergegeben. Und genau, also er hat jetzt noch keine Digitalkamera, wenn ich das richtig verstanden habe und hat eben überlegt, ob er in Fuji, wie Nacon schon richtig erraten hat, investiert. Plus dann halt Digitalfilter oder eben was Analoges. Da habe ich dann gleich gesagt, wäre die analoge Option wahrscheinlich günstiger. Vom Preis her jetzt schon mal. Na, für den initiellen Preis wahrscheinlich schon, ja. Ist halt nur die Frage, wie viel da hinten dran hängt. Und jede Kamera bringt halt so ein bisschen den Shooting-Style mit sich. Und da ist halt analog und digital recht weit auseinander. Das heißt, wenn man sich sehr viel ausprobieren will, vielleicht auch, sag ich mal, Events fotografieren will, wo man, ja, viele Bilder braucht, viel Kapazitäten braucht, schnelle Bilder braucht. Und auch die schnell halt zu Hause auf den Rechner ziehen und bearbeiten will und dafür ein Gefühl kriegen will. Vielleicht ist dann anfangs digital eine gute Sache. Ist halt die Frage, wie sehr man sich damit auseinandersetzen will. Analog ist halt sehr viel langsamer und man braucht sehr viel mehr Geduld. Aber für mich hat das halt auch einfach eine gewisse Magie immer wieder, auch nach hunderten Filmen immer noch mal den Film zu entwickeln und den aus der Dose zu ziehen und zu sehen, dass da irgendwie sich irgendwelche Kristallteilchen da auf dem Film zu einem Bild, was du gemacht hast, zusammengefügt haben. Aber das kommt halt sehr darauf an, worauf man hinaus möchte. Das eine ist meditativ, das andere ist flexibel und umgänglich. Also für den Hobbybereich auf jeden Fall. Nicht ganz unwassend, ja. Definitiv. Also ich denke, eine Spiegelreflexkamera, eine 35mm Kamera für so bis zu 50 Euro sollte da eigentlich auf jeden Fall drin sein mit einem Objektiv. Und dann könnte man immer mal wieder einen Film schießen und den abgeben und dann sich entwickeln lassen, zum Beispiel. Das wäre dann initiell nicht so ein hoher Aufwand. Aber wenn man die Kamera über Jahre schießen will, wird es halt wahrscheinlich irgendwann so viel Geld, wenn man so viele Filme schießt und entwickeln lässt, dass man sich dann hätte am Ende auch eine digitale kaufen können. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, dankeschön. Ich gebe es auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, das hat irgendwie ein bisschen weiter geholfen. Ja. Habe ich übrigens auch noch gerade kurz was hinzuzufügen zum Thema Fuji X100V. Und zwar einfach gerade aufgrund dessen, dass ich selber auf der Suche bin nach einer und mir aber gerne eine gebraucht holen wollte, weil ich mir einfach versuchen möchte, die ein bisschen günstiger zu schießen. Guckt nicht auf eBay Kleinanzeigen. Da geht seit einigen Monaten da irgendwas ab, dass da lauter Fake-Accounts auftreten und Accounts von anderen Leuten übernommen werden, die genau diese Kamera eben anbieten und euch dann dafür eben abziehen. Die Beschreibung kann noch so professionell aussehen, aber ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet und auch schon mehrfach Warnungen von eBay Kleinanzeigen eben bekommen. Dementsprechend, und es hat alles auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Kamera gerade einen Lieferengpass hat und eben nicht gerade so aktuell so verfügbar ist auf der gesamten Welt. Aber generell für Analogkameras würde ich sagen, guckt euch auf ebay.de um, definitiv. Ja, das auf jeden Fall. All right, das war es schon mit meinem Input. Ich würde dann vielleicht gerade jetzt mal zur nächsten Frage übergehen. Unser von der Vanessa, und zwar schreibt sie, während deiner Fotoexperimente spielt Zufall bzw. das Loslassen der Kontrolle über den Prozess eine große Rolle für dich. Wann oder wie entscheidest du dich dann für genau das eine richtige Bild oder diese Serie? Also, die gesamte Kontrolle loszulassen wäre wahrscheinlich ein bisschen viel. Deswegen sind das immer, ja sagen wir mal, verschiedene Herangehensweisen und es gibt Bilder, vielleicht kann ich da auch mal eben was aufrufen, muss ich mal kurz gucken. Es gibt halt Bilder, wo das mehr der Fall ist und Bilder, wo das mehr oder weniger der Fall ist oder Projekte oder genau. Wir können ja mal kurz reingucken. Das wäre dann zum Beispiel das hier. Da habe ich halt angefangen, Filme in Chemikalien einzulegen. Das heißt, das sind eigentlich fotografierte Filme, die eigentlich schon durch sind. Die habe ich dann für mehrere Tage in verschiedensten Chemikalien eingelegt, wie Essig oder Wein, Schnaps, Alkohol, was auch immer. Alles Mögliche, was ätzend ist. Und das sind jetzt Auswahlen des Films und das ist immer ein bisschen schwierig dann. Das ist jetzt eine Sache, die halt komplett zufällig passiert ist. Beziehungsweise sich dadurch ergibt, dass ich den Film nachher nochmal abgeföhnt und mit Reinigungsmitteln abgesprüht habe und letztendlich dann eingescannt und dann halt versucht habe, eine Auswahl zu treffen. Und natürlich ist das immer super schwer, weil man muss irgendwie was finden, wo man das Gefühl hat, das gefällt einem selber oder andere könnten da auch irgendwie Interesse dran finden. Für mich war das immer so ein Suchen nach interessanten Formen und Mustern und Bedeutung, sage ich mal. Ist aber halt auf jeden Fall eher an dem abstrakten Ende des Spektrums, in dem Falle jetzt. Aber super spannende Bilder. Da gibt es dann auch nochmal quasi das Abgesetzte. Da kommen dann mehr die Fotografien noch ein bisschen mehr durch unter diesem ganzen Chemikalienzerstörung, die man dann hier sieht. Und natürlich hat man hier dann jetzt zum Beispiel nicht die Kontrolle darüber, ob der Baum jetzt frei steht oder nicht. Das ist dann einfach eine Art von Trial and Error. Krass. Je nachdem, was man halt benutzt für Chemikalien oder Sachen, entstehen verschiedene Effekte. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, und das wird jetzt wahrscheinlich leider jeder kennen, diese kleinen Silikapäckchen, die jetzt in jedem Covid-Test sind, diese Trockenpäckchen. Wenn du dieses Zeug da nutzt und das mit eingießt, bekommst du halt diese blauen Linien. Das habe ich halt beobachtet und das immer wieder genutzt und auch gesammelt. Lustig, wie bist du denn da drauf gekommen? Ich habe tatsächlich mir, also es gibt halt einfach ein paar Leute im Internet, die viel rum experimentieren und mich manchmal auf Ideen bringen. Und ich glaube, eine Person hatte das erwähnt mal, aber hat es auch noch selber nicht ausprobiert. Und dann habe ich es ausprobiert und dann hat man sich ausgetauscht. Also Leute für alle, spielt mit Chemikalien rum. Ja, immer safe, ne? Ja, ich muss auch sagen, die Bilder sehen auch gerade aus wie ein LSD-Trip. Ja, schon ein bisschen, das stimmt. Und das war auch so ein bisschen die Symptomatik, die halt in dieser Lockdown-Zeit so ein bisschen zu mir kam. Man ist halt ein bisschen gefangen in sich und in seiner Umgebung. Umgebung und, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen das Zwischen-den-Zeilen-Lesen und das, ja, das Metaphysische, sage ich mal, zu etablieren oder zu sehen, war da sehr wichtig für mich. Ja. Genau. Alrighty, ich sehe hier gerade, Laura hat ja gerade eben auch noch eine Frage gestellt. Und zwar schreibt sie, wie viel technisches Know-how muss ich mitbringen, um mit der analogen Fotografie zu starten? Kann ich auch mit einer Kompakten starten, um mich erstmal ranzutasten? Ja, also das kommt immer auf die Kamera an, wie viel Know-how man braucht, würde ich sagen. Die Point-and-Shoot-Kameras, die Kompakten, eignen sich halt super auf den Start, weil da muss man nur den Film einlegen. Die Moderneren lesen sogar selber aus, welche ISO dieser Film hat, also wie empfindlich der ist. Und das Einzige, was man dann wissen muss, ist, wie man den Film am besten belichtet. Das heißt, wie man misst, weil die Kameras messen von selber und die meisten haben halt eine Punktmessung. Das heißt, wenn ich mit der Mitte des Bildes Richtung Himmel gehe, wird er wahrscheinlich mein Bild eher unterbelichten. Also das heißt, man kann da so ein bisschen, noch ein bisschen was der Kamera Gutes tun, um besonders gute Bilder zu erhalten. Aber für den Anfang würde so eine Kamera erstmal alles für einen machen und man müsste sich um wenig kümmern und könnte sich dann über den analogen Look erfreuen. Ich finde auch, die Kompaktkameras sind auch einfach viel zu sehr unterschätzt. Also gerade in dem Trend, den wir gerade haben mit den Analogkameras, ist es halt echt so, dass auch gerade die Kompaktkameras alle so ihr ganz, ganz eigenen Stil mit sich bringen, je nach Modell. Und ihr ganz eigenen Charakter. Und ich würde mich da echt nicht davor zurückschrecken lassen, dass das Ding eben aus Plastik ist oder dass es einfach eine Kompaktkamera ist. Man kann so viel, man hat so viel gestalterische Freiheit. Und man kann so viele rausholen auch nochmal. Ist echt nicht zu unterschätzen. Also kommt halt sehr auf die Kameraauswahl an. Wenn man eine sehr technische Kamera wählt, muss man wahrscheinlich die Belichtung selber messen und das dann einstellen. Aber selbst das ist mittlerweile... Also es gibt halt Programme auf dem Smartphone, da kann man sich die Belichtung und die Blende und die ISO anzeigen lassen und die dann einfach auf die digitale Kamera übertragen. Also muss man da vielleicht auch nicht mehr sehr kompliziert messen, wie früher. Hast du da zufälligerweise eine Empfehlung für guten Blendenmesser, Belichtungsmesser? Ich selber bin halt auf Android unterwegs, deswegen habe ich nur den von Android. Das wäre Light Meter Free. Das ist halt relativ selbsterklärend zu finden, glaube ich. Also Light wie Licht Meter Free. Das ist halt einfach eine App, die belichtet das Bild aus der Smartphone-Kamera und zeigt halt die Werte an, die das Smartphone annimmt. Und die kann man dann übernehmen, wenn einem die Helligkeit gefällt. Okay, super. Das war jetzt ein bisschen egoistisch gefragt, weil ich nämlich selber schon die ganze Nacht eine gute Belichtungsmesser-App suche. Wo ich sogar überlegt habe, ob ich mir einen analogen Belichtungsmesser hole. Aber da wollte ich erst mal gucken, was im Digitalen gerade so alles vorhanden ist, da die ja auch ganz, ganz gut sind. Also das ist meistens vollkommen ausreichend, würde ich sagen. So Profi-Belichtungsmesser, die kosten dann halt schnell Richtung 600 Euro oder so nur für ein Belichtungsmesser. Aber ich glaube, das ist für den Anfang einfach nicht nötig. Von Miguel Löhmann haben wir hier auch nochmal einen ganz großen Beitrag. Den lese ich auch nochmal ganz kurz vor. Und dann würde ich uns nochmal gerne in der Runde fragen, ob ihr noch weitere Fragen habt. Dann sprecht jetzt oder schweiget für immer. Und so hat Miguel hier nochmal geschrieben, für in Dublin verweilende Personen. John Gunn Camera Store in der Wexford Street entwickelt Analogfilme in zuverlässig guter Qualität. Der letzte Sonntag im April ist der internationale Pinhole Camera Day, also der Lochkamera. In diversen Ländern gibt es entsprechende Events, Workshops oder Wettbewerbe. Also merkt euch den letzten Sonntag im April, wenn ihr für das Thema Lochkamera zu haben seid. Ja, auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Danke, Miguel. Vielleicht könnte ich ja mal nur, fällt mir jetzt spontan ein, vielleicht könnte ich ja mal einen Livestream machen, wie ich eine Pinhole Kamera mache auf Twitch an dem Tag. Mal sehen. Ja, das wäre auch nice. Wo wir gerade übrigens dabei sind, du hast im Vorfeld schon erwähnt, dass du einen Workshop anbietest. Magst du den gerade mal hier bewerben? Sehr gerne, vielen Dank. Also ich bin im Moment dabei, für mich nebenbei so Workshops aufzubauen. Da geht es halt um Analogfotografie, aber auch um Lichtsetzung, beziehungsweise wahrscheinlich wären das eher mehrere Workshops, je nachdem wie tiefgreifend man auf gewisse Themen eingehen will. Aber in der Analogfotografie von der Film- und Kameraauswahl bis über das Schießen der Bilder, die Entwicklung und Nachbearbeitung, habe ich halt viel Know-how gesammelt und gebe das auch sehr gerne weiter. Zusätzlich Lichtsetzung, Bildsprache, Framing und Bewegtbildgestaltung bin ich auch, glaube ich, ganz gut am Start. Das heißt, falls jemand von euch Interesse hat, da mal tiefer einzutauchen, meldet euch gerne bei mir. Ich habe im Moment, bin da noch recht am Anfang und habe gerade, bin da erst im Aufbau meiner Seite. Aber meldet euch gerne. Danke euch. Da hingehen, poste ich gleich mal deine Webseite und dein Instagram und dann würde ich noch mal auf zwei weitere Fragen von Miguel eingehen, der die gerade eben reingepostet hat. Und zwar schreibt er, Welche Felder der Analogfotografie würdest du Beginnenden empfehlen? Und welche Motive interessieren dich noch für die Zukunft? Frage, welche Felder? In welche Richtung geht das, würde ich mich gerade fragen. Das überlege ich auch gerade. Vielleicht könnte das Miguel nochmal spezifizieren, was er mit Felder meint. Bis dahin kann ich, achso, ja gerne, Miguel. Also du hast jetzt die Sportfotografie zum Beispiel schon genannt, dass das ein bisschen schwierig ist in analogen Fotografie. Und das ist ja auch sehr interessensabhängig. Ja, also ich habe dann sowas wie, weiß nicht, Landschaft, Porträt oder ähnliches gedacht und ob du da vielleicht auch nochmal aus eigener Erfahrung vielleicht berichten kannst. Also ich war mit vor allem den schwereren Kameras immer mehr im Stillleben unterwegs, sag ich mal. Was sich ja auch anbietet, je größer die Kamera wird, desto mehr ist man halt auf dem Stillleben oder Landschaftsfotografie. Mich haben oft immer so, sagen wir mal, kleine Dinge, Auditäten interessiert, die halt mehr aussagen als Menschen, die man sehen würde, sag ich mal. Ich glaube aber, in Zukunft möchte ich mich mehr Menschen widmen tatsächlich. Das habe ich längst eher vernachlässigt, sag ich mal. War da auch bewusst woanders unterwegs. Aber möchte da auch irgendwie versuchen, einen besonderen Approach dazu zu finden, weil ich mit dem 10. Shooting irgendwie dann auch nur noch wenig anfangen kann auf Instagram. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat, Miguel, sonst müsstest du dich vielleicht nochmal melden. Alles super, danke. Ich habe halt mit der Hasselblatt bin ich halt viel auf Street Photography eingegangen, was so ein bisschen untypisch ist, weil es eher eine schwerere Kamera ist mit Studiokamera, mit wenigen Bildern. Aber irgendwie macht es genau das für mich aus. Dieses Mittelformat hebt sich genug von den digitalen Medien ab, weil so große Sensoren haben wir mittlerweile auch nicht, dass das noch eine Rolle spielt, sag ich mal. Und ist halt auch in einer geringen Scan-Größe noch sehr, sehr gut verarbeitet und erkennbar. Also das ist eigentlich so ein ganz guter Sweet Spot, finde ich, heutzutage. Alrighty. Vielen, vielen Dank für deine Antwort. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr kommen, dann bewegen wir uns jetzt schon so langsam jetzt gegen Ende zu. Die Kontaktdaten von dir, die habe ich jetzt hier in den Channel gepostet. Wenn du noch irgendwas anderes hast an Informationen, was du gerne mit den anderen teilen möchtest, Karl, kannst du auch jederzeit das hier in den Text-Channel mit reinposten. Die anderen Leute natürlich, die jetzt gerade zuhören, ebenfalls, wenn ihr noch irgendwelchen zusätzlichen Input habt, würden wir uns sehr, sehr gerne freuen. Oder würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den auch hier mit reinpostet. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal bei Karl für deine Expertise und für deine Zeit heute Abend. Sehr schön, dass du heute Abend dabei warst. War ein sehr, sehr informativer und spannender Talk auf jeden Fall. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das war auch alles angenehm für dich. Ich weiß nicht, ob du schon mal vorher in so einem Format mit dabei warst. Auf Discord eher in so einem Format? Eher nicht. Nee, aber war sehr cool. Alles klar, das freut mich doch sehr. Alrighty, dann würde ich jetzt mal das Ganze hier abschließen, solange jetzt nichts mehr Neues kommt. Für alle weiteren, jetzt ein bisschen Eigenwerbung natürlich, für alle weiteren Talks in der Zukunft, bitte folgt unserem Instagram-Channel Zwischenraum und auch gerne hier im Discord. Hier werden wir auch jederzeit die neuesten Themen mit reinposten. So viel wie alles andere eben auch, wie zum Beispiel diverse Jobs. Also dafür ist der Discord-Channel eben auch da für Jobangebote. Wenn ihr jemanden sucht oder wenn ihr irgendwo nach einem Job eben fragt, könnt ihr das gerne auch hier machen. Und wir würden uns natürlich auch sehr gerne über Feedback von unserem Format eben freuen, von der Moderation. Was könnten wir verbessern? Einfach nur, was ist euch aufgefallen? Da haben wir auch ganz oben einen eigenen Feedback-Text-Channel. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Vielen Dank dir, Karl, nochmal. War super, super. Ja, vielen Dank für die Organisation. War sehr schön hier. Sehr gerne. Ja, und dann würde ich sagen, bis bald, Rian. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.